Und heute schauen wir uns wieder mal einen Mitlern-Quiz an, dieses Mal zum Thema koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt. Das heißt, wir schauen uns auch so Sachen an wie das Koronasyndrom und die Angina pectoris. Wie funktionieren die Mitlern-Quiz? Das ist ganz einfach. Zuerst die Videos aus den entsprechenden Playlists anschauen, das wäre in diesem Fall Pathologie-Organsysteme. Da werden alle Fachbegriffe und Zusammenhänge genau erklärt. Dann dieses Video mehrfach anschauen. Zuerst wirklich versuchen, ganz aufmerksam mit Bild und Ton zu arbeiten und im Quizmodus einfach nur den reinen Audiomodus laufen lassen und kurz wegschauen und zum Verifizieren dann kurz die entsprechenden Folien anschauen, wo dann einfach nur mehr die Schrift da ist zum Verifizieren. Das heißt, immer wenn die Antworten kommen, werde ich eine kleine Pause machen. Schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Also koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt. Das Erste ist, was ist die Definition einer KHK? Zu welchem Krankheitsbild zählt das dazu? Wie kommt es dazu? Was sind Risikofaktoren? Nächste Frage. Wie kann eine KHK verlaufen? Welche Verlaufsformen gibt es? Da denken wir auch vielleicht ein bisschen daran, bei welchen PatientInnen würde ich mir Sorgen machen, zum Beispiel zum Therapie einleiten oder wo müsste ich denn vorsichtig sein? Also welche Verlaufsformen der KHK kennen wir denn? Welche Risikofaktoren haben wir bei der KHK? Wir haben ja schon geklärt, die koronare Herzkrankheit ist eine Form der Arteriosklerose und somit können wir eigentlich die gleichen Risikofaktoren hier recyceln. Also versuch mal ein paar aufzuzählen. Welche Symptome hat denn die KHK? Wir überlegen uns, was könnte denn auftreten und wann würden wir hier auch im schlimmsten Fall die Rettung rufen? Und gibt es sonstige Maßnahmen bei Symptomen, die wir treffen könnten? Was kann denn ein Angina-Pectoris-Anfall auslösen? Schauen wir uns den Herzinfarkt etwas genauer an. Was ist denn konkret ein Myokardinfarkt? Was passiert denn da genau mit dem Herzen? Schauen wir uns an, welche möglichen Symptome ein Myokardinfarkt hat und überlegen uns, welche davon mit der KHK vereinbar sind und welche hier zusätzlich auftreten und bitte auch daran denken, dass wir hier teilweise genderspezifische Unterschiede haben. Und überlegen wir uns mal die Unterschiede zu einer Angina-Pectoris. Wann wissen wir zum Beispiel, dass es wahrscheinlich nur eine Angina-Pectoris ist und wann würden wir relativ rasch die Rettung rufen? Was ist denn die erste Hilfe bei einem Myokardinfarkt? Was ist denn die erste Hilfe bei einem Myokardinfarkt? Und jetzt gibt es noch eine Bonusfrage. Was ist denn eigentlich ein ACS im Zusammenhang mit dem Myokardinfarkt? Das ist eine relativ neuere Bezeichnung und für die von euch, die so ein bisschen Bonuswissen haben möchten, was genau war denn das ACS? Und wenn ihr alle Fragen beantwortet habt, habt ihr wieder ein riesengroßes Kapitel in der Pathologie für euch erfolgreich lernen können. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim Lernen und hoffe, euch bald wieder bei einem neuen Quiz begrüßen zu dürfen.